Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren hier in Hebsenström in Finnland und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem literarischen Duett, Autoren, bewährten Autoren. Heute geht es um den Roman von Michael Zokos, Abgefackelt, und ich bin sehr stolz, einen der größten finländischen Schriftsteller, einen mehrfachen Literaturpreisträger, hier bei mir begrüßen zu dürfen in der Sendung, Herrn Amo Axelie Hemobiden. Hemelainen. Hemelainen. Amo Axelie Hemelainen. Herr Hemelainen, Sie haben das Buch gelesen. Können Sie uns vielleicht dazu ganz kurz erzählen, was Sie denken? Ja, Herr Hemelainen hat das Buch gelesen, mit großem Interesse, und er meinte, es hätte ihn auf sehr viele, sehr gute Ideen gebracht. Ja, Herr Hemelainen, was will now vandern diese Ideen, Mr. Hemelainen? What was those ideas you thought about? Ökse. Esimerkiksi unnekskirr laistasen. Fakkeri. 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 Fakkeri.